Ich bin tagsüber extrem angespannt und wenn ich morgens aufstehe, habe ich immer Zahn- und Kieferschmerzen. Wie kann es sein, dass ich selbst beim Schlafen angespannt bin? Wenn ich nachts aufwache, weil ich einmal ins Badezimmer muss, merke ich die Anspannung, aber habe keine Schlafprobleme. Glaube, habe ich es mir gerade selber schon beantwortet, aber was meinst du? Schreibt der Tobias. Aha, so ist das, ist Tobias. Ich würde dazu mal folgende Perspektiven anbieten wollen. Zum einen würde ich deine These, dass du sehr viel Anspannung erlebst und deine Anspannung auch zu morgendlichen Schmerzen führt, infrage stellen. Kann sein, das ist eine gute These, nur wir sollten mit dieser These nicht so umgehen, als ob sie wirklich schon direkt stimmt. Unser Kopf bietet uns im Automatikmodus gerne Korrelationsmuster an, die er uns als Kausalität verkauft. Und Kausalität bedeutet, wir haben eine nachgewiesene Verbindung, Korrelation würde eher bedeuten, da ist eine Idee eines möglichen Zusammenhangs da. Und möglicherweise geht es dir morgens so, weil du nachts verspannt bist, vielleicht war das aber auch eher die naheliegendste Erklärung deines Gehirns. Und es gibt gar keine nächtlichen Verspannungen so stark. Du kannst auch morgens Druck im Kiefer haben, weil dir am Vorarm ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen hängen geblieben ist und dann eine leichte Entzündungsreaktion verursacht. Nur mal so eingeworfen. Und wichtig finde ich aber auch, dass wir tatsächlich deiner These mal nachgehen und sagen, vielleicht bist du die ganze Zeit wirklich angespannt. Da würde ich dir, da hatte ich jetzt im Livestream gestern, vorgestern auch mal zwei Videos angesprochen, die ihr dann mal in meinem Kanal suchen dürft. Einmal zum Thema luzides Träumen, beziehungsweise nächtliche Schwindelattacken. Der Hintergrund ist der beim luziden Träumen. Ihr könnt das luzide Träumen, was klarträumen oder wachträumen bedeutet, also im Traum zu realisieren, dass man träumt und sich dann im Traum wach zu machen und quasi dann alles steuern zu können. Das kann man trainieren, indem man Tag ein, Tag aus immer mal wieder seine Realität bewusst hinterfragt. Du stehst an der Ampel, hüpfst kurz hoch, fragst dich, träume ich gerade? Nee, wenn ich träumen würde, dann würde ich langsam runtergleiten. Aha, ich bin wach. Gehst du irgendwo hin? Träume ich gerade? Nee, wenn ich träumen könnte oder würde, dann könnte ich meine Hand durchpusten. Wenn ihr solche Realitätshinterfragungen täglich 10, 20 Mal durchlebt, dann wird sich das über euer Bewusstsein in euer Unterbewusstes schleusen und nachts, wo das Unterbewusste euren Traum steuert, werdet ihr dann vielleicht auch relativ rasch mal eine solche Realitätsüberprüfung erleben. Dann checkt ihr quasi, aha, ich träume. Und das finde ich ganz spannend mal zu übertragen. Das, was den ganzen Tag über passiert, baut sich mehr und mehr in meine Routinen ein, die auch nachts zum Zuge kommen. Wer also nachts verspannt ist, der muss vielleicht tagsüber die ganze Zeit die Zähne zusammenpressen. Und das wäre jetzt eine Richtung, die ich dem Tobias gerne mitgeben würde. Wenn du tatsächlich nächtlicherseits die ganze Zeit verspannt bist, würde ich mir weniger anschauen, ob du Schlafprobleme hast, sondern eher deine alltäglichen Prozesse mal unter die Lupe nehmen, um zu gucken, bewegst du dich vielleicht Tag ein, Tag aus, wenn die Luft hell ist, mit Gedanken durch die Gegend, die auch am Tage mit einer Anspannung einhergehen. Also wir sind Säugetiere, wir schützen immer unsere Flanke und wenn wir Ängste erleben, ziehen wir automatisch die Schultern hoch und verspannen die ganze Zeit. Das Problem ist, dass die für uns jetzt hier in diesen Livestreams offensichtliche Ebene, was passiert auf deiner mentalen Ebene, für den quasi Leidenden, für den Besitzer der negativen Gedanken gar nicht so offensichtlich ist. Und da draußen natürlich auch ein medizinisches Versorgungsmodell existiert, wo dann auch relativ schnell gesagt wird, komm, wir machen mal eine Abklärung nach kradio-manibulärer Dysfunktion, wir machen mal einen Zahnstocher-Test mit deinen Schneidezähnen, da kannst du ja gucken, ob eine Kurve drin ist, oh, das ist ja gar nicht gut, dann tritt der kraniosakrale Osteotherapeut auf und will deine Schädeldecken mit sanften Druck nebeneinander verschieben, funktioniert es, ist vielleicht wie die Casino-Kiste eben, gibt wenige Gewinner, bei denen es funktioniert, aber bei den meisten stellt sich keine Verbesserung ein. Deshalb hier, schau dir mal die Videos an und versuche mal für dich herauszufinden, ob du vielleicht nicht auch eben tagsüber die ganze Zeit unter diesen Aspekten leidest.